Simonetti, der Oldenburger des Jahrgangs 2004 von Stedinger, Don, Gregory und Feingau. Simonetti stammt aus einem konsolidierten hannofrischen Stamm. Seine Vollschwester Grandiose ist mit dem französischen Reiter Alessandre Ayage bis Grand Prix hoch erfolgreich und aus der Schwester der Mutter stammt der gekörte und bis Grand Prix erfolgreiche Hengst Royal Mirage. Simonetti beeindruckt durch seine vielseitige Vererbung. Natürlich ist hier zunächst zu nennen der vielfach in Estresoren siegreiche DSP Santa Claus. Er verfügt über einen gekörten Hengst San Simonetti und kann außerdem mit Winni Mai, die in der Vielseitigkeit erfolgreiche Dreiviertelschwester zu DSP Santa Claus aufweisen und weitere in Spring- und Vielseitigkeit wie Tresor platzierte Nachkommen.